Und so ist es einfach besser, wenn wir unten durchgehen. Xariax Kann man das jetzt sonst her? Wie kann man sonst her? Ja? Hallo? Kann man gar nicht sonst her? Ich schau mal, was das so Probleme macht. Wahrscheinlich Antivirus oder so. Oh, schnell, schnell, schnell abgreifen. Event. 665 Ordnungs. Eigentlich nix. Es läuft nix. Hat Phraps Probleme. Und die ist es nicht dran, richtig. Terra, Baba. Hallo? Ja, kann, könnte sein. Ja, seit drei Wochen wieder. Du bist in einer Aufnahme. Was? Was? Nein. Krise, da. Ja. Haha. 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 Okay, gut, okay. Hexe, Level 45. Oh, cool. Sehr schön. So. Gut, wir gehen nach Burka, Birka. Ja, ich werde es eben noch nicht da sein. So, ich lade ihn mal zu dem Freund ein. Äh, wie heißt der? So. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich oben hinein. Ah, ich sehe. So. 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 So, dann gehen wir hier irgendwo nach unten. Oh, hier. Ja, da kommen wir hier nicht rein. Gerne. So. 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 Handle hee Slash Trade Teor So Oh cool Noch mehr Fernhandeln Gate Mit Slash Trade Nami Volte zuerst Slash Handeln Eingebe Yo So Jetzt wieder zurück Oder was Nein, jetzt diesmal in dieser Seite Da oben Ja, du blödes Pferd Bist zu gross Und jetzt Wahrscheinlich die hier hinten Ja Terror-Schütze So Jetzt müssen wir nach Gogstan Und Werf gehen durch die Ruin Also gehen wir nach Gogstan Ah, da wird es schon was Und den soll ich so nicht lesen, wenn man bei den Terror-Schütz Lässt Buntallion's King Ich bin immer noch müde Ich habe so viel geschlafen und bin immer noch müde Wahrscheinlich, weil ich drei Tage nicht richtig schlafen konnte Oder sogar noch mehr Tage, weil ich aber noch schwach bin Und Ja Schwäche Anfall gehabt Ich bin immer noch müde Ja 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 Schade doch nicht mehr Schade mich nochmal an Ich habe dich nicht mehr Sorry Oder war das Freemd ist an Frage Jetzt habe ich gar nicht Nein Komisch Wurde er mit mir chatten Aber Schreibt wahrscheinlich nichts Ich habe das Gefühl hier unten könnte eines sein Ich warte zwar schon Aber nicht hier Also die Weihnachtsmütze weg Eigentlich könnte ich die Weihnachtsmütze anstatt Den Ding Na ja Sieht aber nichts Ja ok Im Himmd Jetzt was Jetzt sehe ich mich zwar nicht mehr so lustig als ich habe Ich finde es irgendwie passt besser So ein komisches Face Also Schäufe Scheufe Ich bin Schäufe Ich bin Schäufe Ich bin in Schäufe Im Musik Ich bin Ich bin Ich habe Schäufe Ich bin Ich queste, da ich eine 45 Rolle eingesetzt habe, habe das Realm Pack gekauft. Ah, das ist keine solche, schade. Den Stab habe ich aber zu früh eingesetzt. Wie tut man es in den J? Ich muss wieder hier hochkommen. Ich weiß, wir laufen noch schon. Ich muss wieder hochkommen. So, ich will hier noch schauen. Jetzt, ähm, haben wir irgendwas? Weihnachtsmann? Hä? Weihnachtsmann? 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 Nicht? Warum meine Stäme? Sie kratzt! Noch nicht angesetzt? Noch nicht angesetzt. Ah, cool. Also es ist egal welches Level der Stab hat und wie stark er ist. Okay. Ich dachte, das ist zauberabhängig. Also sehr höhere dachte ich zauber schon. Aber wahrscheinlich eben nicht, weil es ja fester wäre es. Okay. Aber das Zeugs ist jetzt nicht so gut. Trefferchance hat. Okay. Und wie findet man am besten sowas? So, jetzt haben wir hier die Quests machen. Es ist wahnsinnig. Einmal als Meister, ich danke für eure Hilfe. Vielleicht könnt ihr mir helfen, euren Käfer zu finden. Bald aber, nun werde ich mir erst mal um seine Schönheit erfreuen. Okay. 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 KampF, we're down. Uh. Das war's für heute.